Leute, ganz schlimm der Sturm. Die Sofa ist gut eingeparkt, auch die Ohren haben wir schön verdeckt vor dem Sturm. Aber es ist so schlimm und teilweise schwierige Passagen. Steil, felsig. Man kann sie kaum halten, wenn der Wind antaucht. Nicht einfach. Der Sturm rückt auch die Booster aus. Man kann schwer atmen. Obwohl, die Sturm ist einfach. Die Sonne spüren wir nicht. Die Luft ist eisig, billige Passagen. Da werde ich dann das Handy jetzt wegtun. Da ist es wirklich ganz, ganz schwer wieder. Leute, ich gebe das Handy weg. Maria braucht mich. Ich gebe das Handy weg. Tschau Leute.